Ich mache jetzt einfach mal meinen allgemeinen Baustil und dann machen wir in anderen Städten einen anderen Baustil. Hier muss ich einfach schauen, dass ich die Fenster wieder richtig mache. Weil das sieht nicht schön aus, als wenn die Fenster aufta sind. So. Ja. Hier hätten wir... Nein, das sieht nicht gut aus, wenn wir hier einen Balkon machen. Der lampet sonst hier aussen über die Strasse. So. Und jetzt noch die letzte Reihe. Hier. Und hier. So, haben wir den zweiten Stock auch. Jetzt müssen wir noch ein Dach machen. Und da ist wieder die Frage, was passt am besten. Da können wir noch eine Querstrebe machen. Von den Hülzern. So. Ups. Okay. Jetzt. Das Dach. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Fichten. Machen wir Fichtenholz. So. 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 Und fertig. Was kommt jetzt für eine Musik? Ist ja schön und gut Mojang, dass ihr neue Musik reingetan habt, aber die alte hättet ihr rausschmeissen können, die ist ja wirklich schrecklich. Von der Qualität her im letzten Jahr 1000. So. Ja toll. Wie sieht denn das aus? Bisschen komisch. Da fehlt noch die Quellstreppen. Da haben wir es ja. Ähm, wir machen es lieber eins weiter nach hinten. Sorry, aber das sieht wirklich schrecklich aus. Das ist nicht so gut. Für grössere Häuser da ist es klar, dass man es so macht, aber bei Kleinen sollte man es nicht so machen. Ab geht ja so schnell. Da muss man nicht besonders gut sehen, was ich jetzt auch gerade nicht mache. Aber jetzt sieht es gut aus, oder? Eigentlich gefällt mir die Farbe einfach nicht. Vielleicht liegt es einfach am Texture Pack. Dass es einfach zu hell ist. Aber wiederum ist schwarz heute zu dunkel. Ähm, weiter hoch? Nein. Nein. Nein, nicht halb Steps. Ja, die Welt muss ich noch anpassen. Zum Beispiel spawnen noch Monster. Die sollte ich irgendwie ausstellen können. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Multiverse und Groupmanager. Irgendwie ein Programm kann das noch machen. So. Schau mal kurz. Ohne Texte Pack. Ja, sieht einigermassen gut aus. Ist aber auch nicht so dunkel. Ich dachte das sei dunkel. Also bei Mises ist es zum Beispiel dunkel. Boah, ist das grell irgendwie. Liebe wird dich ändern. Komm, laden. Ja. Also. Jetzt könnten wir hier noch den Garten alles machen. Jaja, Zaun, wie ich weiß es. Thema Bauchschmerzen. Nein. So. Eichenlaub Jetzt holen wir noch kurz die Blumen Das mit dem Baum können wir abschminken Der wisst so nicht Aber was wir machen könnten ist Und seinen Baum kreieren Ja da müssen wir noch schauen Ach jetzt muss ich das genau so machen Wie Auf der anderen Seite Ja da müssen wir es schon fast Gleichwertig machen So Und hier Hä? Da habe ich es immer schräg gemacht So Nein A2 Ja das geht ja nicht Schwer schwer Ah das ist irgendwie so Machen wir doch das einfach Die sind ja immer Zwei auseinander Dann machen wir die einfach Ein bisschen versetzt So Und dann So Und dann geht das wieder nicht Ach komm schon So 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 Ja das ist halt schlecht Wenn Es nicht Parallel Ist Oh je Oh je Wir machen es jetzt einfach Reihen Die äussere Reihe ist weiss Und die innere Reihe ist Ähm Rosa Die wollte ich nicht unten anpflanzen So So Ja Also In der nächsten Aufnahmesession machen wir dann drinnen was Und vorne was Und ja Wenn ich irgendwas zu verbessern habe Wäre ich dankbar Wenn ihr es in die Kommentare schreibt Und ja Ich möchte es für alles Für alle Schön haben Schön machen Und ja Ich kann euch noch kurz Zum Schluss Ja das zeige ich dann später mal Ein anderer Macht Ein bisschen weiter weg Eine Stadt für gelb Und ja Das sehen wir dann Wenn es Am besten fortgeschritten ist Okay Bis Zum nächsten Mal Und Tschüss Zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020